Assalamu alaikum meine Lieben, hier ist wieder die Khadiga, die Deutsche am Mühl. Hi! Was besprechen wir denn heute? Storytime. Leute, es ist krass, die Scheidungen werden immer mehr bei uns im Dorf. Und ich denke mal, das liegt auch an den Preisen in Ägypten, dass jetzt halt alles teurer wird, weil der meiste Grund ist Geld. Also ich kann euch jetzt mal, vor einem Jahr oder so hat sich eine scheiden lassen, die war verheiratet in Kairo. Die wurde dort von der Schwiegermutter geschlagen, ich glaube die Story habe ich schon mal erzählt, und der Mann macht nichts. Die wurde von der Schwägerin geschlagen, der Mann macht nichts. Der Mann gibt ihr auch kaum Geld und sie sagt, er hat keine Persönlichkeit, das ist ein Mamasöhnchen. Nein, sie will das nicht. Sie kann das nicht akzeptieren, geschlagen zu werden. Sie war dort nur die Putzfrau und wurde schlecht behandelt. Und sie sagt, Alhamdulillah, ist sie nicht schwanger geworden. Und jetzt ist sie wieder hier im Dorf. Subhanallah. Scheidung. Was haben wir noch? Die nächste, das war jetzt vor einem halben Jahr, die ist auch anderthalb Jahre verheiratet gewesen, sagen wir zwei, nee anderthalb Jahre, zwei, zwei. Hat einen Sohn bekommen und was war da los? Die sind Schwiegermutter, ganz böse Frau mit ihr. Zuerst alles super und dann nach der Hochzeit ging es los. Der Mann hat sie geschlagen und kein Geld gegeben, viel zu wenig. Wie soll sie damit auskommen und was kochen? Und also total billig alles kaufen und nur so Meshkäse essen und Fuhl und Eier und so Zeugs. Also nicht wie sie halt gewohnt ist, öfter mal für ein Hähnchen oder Rindfleisch. Ne, wir wohnen ja hier auch, ähm, ja in unserer Straße sind jetzt Leute, die essen fast jeden zweiten Tag Fleisch. Das ist in Ägypten nicht normal. Ne, und der ist halt wirklich, das heißt Gilda. Moment, ich muss noch was trinken. Ein kalter Spreit. Und Leute, da, ihr habt mir das Schnauze rasiert? Ne, natürlich nicht. Das ist vom Schnauze entfernen, ne. Man muss sich ab und zu mal entwachsen und da, wenn man zu viel reißt, schick, 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 die kleinen Mini-Hähnchen gingen nicht ab, dann habe ich da Wunde gekriegt. Nur wenn es juckt oder denkt, ihr habt einen Lippenstift oder Nutella. Schön wär's, neu, ist eine Wunde. Okay, wir sind wieder ernst. Wieder reindenken, was ist da alles passiert. Auf jeden Fall wurde sie ganz oft geschlagen, wenn sie sich gewehrt hat oder irgendwie. Und dann hat sie gesagt, so nett, jetzt gehe ich weg. Und jetzt sind sie geschieden. Die geht auch nicht mehr, also fertig. Der hat sogar dreimal Talak, Talak, Talak. Also wenn ein Mann sauer ist, spricht er einmal Talak aus und dann sind sie geschieden. Sie können aber dann wieder heiraten. Aber wenn er gleich am Anfang dreimal sagt, dann ist sie geschieden. Dann muss, wenn sie sich wieder haben wollten, müsste sie wieder heiraten, sich wieder scheiden lassen. Aber nicht lügen und sagen, oh, ich heirate jetzt und nur damit ich, und dann scheiden wir uns wieder, damit ich den wieder heirate. Das muss schon, so ist das Gesetz. Also, das islamische Gesetz. Ja, also von dem her, sie will den auch nicht mehr. Die ist jetzt wieder bei den Eltern und es ist dann so, wie werden die versorgt. Solange der Vater einen Regierungsjob hat oder seine Rente bekommt, kriegt sie die Rente dann. Das ist ein besseres Leben, als wenn sie verheiratet ist, ganz ehrlich. Also, der Mann, wenn der nur so wenig verdient und da so ein paar hundert Pfund abdrückt, was soll die dann da einkaufen? Dann lieber von der Rente vom Vater leben und wenn die Mutter dann stirbt, kriegt sie die ganze Rente auf sich. Und wenn der Vater stirbt, kriegt die Mutter und sie die Rente. Alle Kinder, die zu Hause sind, das wird aufgerechnet. Ja, Moment. Das ist so heiß heute. Mh. Das war Scheidung Nummer 2. Jetzt Scheidung Nummer 3. Das wird jetzt erst geschieden. Also, ist noch nicht geschieden. Die hat lange gesucht. Das ist lange, 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 lange. Und es kam kein gescheiter Mann. Und wir haben alle gedacht, oh Mann, die war, ich keine Ahnung, über 30, 38, 34, 35. Das ist sehr spät für eine Ägypterin. Ja. Und sie ist halt hier bekannt so als Labertasche. Und eine Zeitung, sagen wir mal so, also so ein bisschen ne Plapagosch. Und kein Mann ist gekommen, vielleicht aus diesem Grund, Allahu Allem. Und jetzt kam ein Mann von der Jazira, das ist von der Insel, der kennt sie nicht so gut und hat sie heiraten wollen. Und sie hat gleich ja gesagt. Hat sich aber auch informiert über ihn. Und keiner hat gesagt, das ist der geizigste Mensch der Welt. Also, der hat ihr gar kein Geld gegeben, als sie dort war. Also, ich erzähl mal. Sie hat sogar ein Kind gekriegt, sogar einen Sohn. Und die Letzte auch hat einen Sohn bekommen und wird so behandelt. Also, gut, das heißt jetzt, er hat einen Sohn. Aber normalerweise sind ja die Ägypter da extrem stolz, dass die halt Söhne bekommen. Und, ja. Ach, ich sag's euch, es ist so krass. Sie, sie hat das Kind bekommen, war bei den Eltern natürlich. Es ist Tradition, wenn die Ägypterin ihr Kind bekommt, geht sie zwei Wochen zur Mutter. Der ist da nur einmal gekommen, zur Frau, hat den Sohn kurz gesehen und dann nie wieder. Und der Sohn ist jetzt neun Monate alt. Und warum ist das so passiert? Also, in der Schwangerschaft oder in der ganzen Zeit, wo sie zusammen sind, das ist jetzt auch anderthalb Jahre, die war ziemlich schnell schwanger. Also, nee, vor zwei Jahren, dann der ist ja auch schon neun. Ja, da hat sie auch geheiratet vor zwei Jahren dann, sagen wir mal so. Hat sie auch, also zuerst war alles gut mit der Schwiegermutter, alles. Aber, die sind penetrant. Die sind jeden Tag zu ihr hochgekommen. Sie wohnt oben, na klar, die Schwiegermutter unten. Und die hat zwei Schwägerinnen, beide geschieden. Beide Hexen Nummer eins, so sagt sie. Also, richtig bösartig auch und frech. Und die sind bei ihr aus der Wohnung nicht rausgegangen. Sie hat geschwitzt, sie wollte sich auch umziehen. Sie hat sich geschämt, in kurzen Sachen vor der Schwiegermutter rumzulaufen oder in einem Unterhose oder so. Weil, wenn es so heiß ist, und die sind es gewöhnt, die sind da gelegen, haben sich das Polster geschnappt, auf den Boden gelegt. Und die zwei Schwestern, die Schwägerinnen, die haben Shisha geraucht. Das wusste ich erst mal, was? Die rauchen in der Wohnung Shisha und ein Feuer auf dem Teppich, der ganze Teppich verbrannt. Und, ja, wie du so kennst, Kaugummi raus, unter den Tisch klebt oder mal kurz in den Kühlschrank geklebt. So kannst du das vorstellen, also wie bei der Hempels unter dem Sofa. Und die sind immer weggegangen. Auch wenn sie müde war, um ein Uhr nachts, schwanger. Oh, ich bin müde, sie konnte nicht essen richtig. Irgendwann hat sie, hat ihr Mann gesagt, du bleibst in deiner Wohnung dann, wenn du dich stresst. Und die bleiben dann unten. Aber wenn es Essen gibt, gehst du runter, dass er Geld spart. Und sie hat gesagt, nee, ich will nicht runtergehen. Lieber esse ich Salz und Brot, als mit denen zu essen. Ich will das nicht. Ja. Dann habe ich sie gefragt, ja, hat er dich geschlagen? Und die ist ja voll hart. Wo ist der mich? Ich schlachte ihn, wenn er mich schlagen würde. Ich weiß ja nicht, aber wie der aussieht. Aber das ist eine ganz harte Frau, ganz starke Persönlichkeit, ne? Also, die wurde nicht geschlagen, die hat einfach kein Geld bekommen. Der Sohn wurde islamisch operiert. Der ist noch nicht mal gekommen, kein Geld gegeben, nichts. Dann hat sie, sie ist ja dann weggegangen und hat auch gesagt, ich komme nicht mehr, weil du bist eh zwei Monate nicht da. Und er hat gesagt, ich verbiete dir, zu deinem Vater zu gehen, du hast in deiner Wohnung zu bleiben. Und wenn es Essen gibt, gehst du runter und nicht alleine kochen. Das ist zu teuer. Und sie wollte aber mit der Familie nicht. Und so hat es angefangen. Ne, dann hat er ihr kein Geld geschickt. So in der Art, dann musst du runtergehen. Und dann hat sie gesagt, wenn das so ist, dann gehe ich zu meinen Eltern. Mein Vater füttert uns. Und als der Sohn, der muss jetzt irgendwie, hat der mit der Lunge Probleme, so, der braucht so ein Atemgerät. Das hat sie sich jetzt irgendwie selber gekauft. Und dass er dann, wenn er es braucht, hat. Und es soll anscheinend, sagt der Arzt, mit der Lunge nach drei Jahren verschwinden. Keine Ahnung, was er hat. Aber es ist nicht schlimm, sagt sie. Das Inschallah geht es weg nach drei Jahren. Der Vater hat sich nicht mal darum gekümmert, nachgefragt. Sie hat auch gesagt, der hat keine Persönlichkeit. Und alles, was sie ihm sagt, wird sofort an die Mutter getragen. Selbst wenn sie sagt, bitte sag es deiner Mutter nicht. Eine halbe Stunde später, die Mama weiß es. Dann waren sie auf einer Hochzeit von seiner Familie. Und hat sie gesehen, wie die Männer da volle Bier getrunken haben. Und konsumiert haben, so Zeugs. Und andere Sachen, härtere Sachen auch. Und das hat sie ihm gesagt. Sag mal, was ist denn da los mit der Arbeit? Aber die sind ja alle voll drauf. Und dann, ich habe das gesehen. Aber sagt es deiner Mutter nicht, was ich dort gesehen habe. Zack, hat das der Mutter gesagt. Die Mutter, was? Und der Bruder, das ist ein Schlawiner von ihm. Der leiht sich Geld bei den Leuten und gibt es nicht zurück. Und dann muss der Ehemann, also von ihr noch, der muss die Schulden begleichen, weil die Leute kommen zu denen ins Haus. Dann muss er einen Kredit aufnehmen, hat das ganze Gold eingesackt von ihr und hat es verkauft, damit er die Schulden tilgen kann. Und das ganze Geld der Mutter gegeben. Also sie hat weder Gold, sie hat kein Geld gekriegt. Dann hat sie mal ein paar Scheres hingeschickt, die sind mit ihm reden. Sie ist bei ihrem Vater. Das geht ja so nicht. Der hat dann, weil das ist ihr Recht, er muss sie finanzieren. 2000 Pfund muss er ihr geben im Monat. Dann hat er mal 2000 geschickt, dann mal nichts, dann kam nur 1000 und dann kam gar nichts mehr. Also das heißt, sie müsste jeden Monat jemanden schicken, um ihn zu erinnern, dass er noch eine Frau und ein Kind hat. Und das will sie nicht. Sie will jetzt nach dem Opferfest vor Gericht gehen und sich scheiden lassen und ihr Recht holen. In ihrem Ehevertrag steht 500.000 Pfund, subhanallah. Ob sie das kriegt, der hat ja selber nichts. Aber sie kann ihre Möbel wieder zurückholen und dann muss er es halt per Kredit zu ihr zurückzahlen. Oder ich weiß nicht, ob er Ländereien hat, Felder. Irgendwas muss er machen, weil sie hat ihr Recht nach der Scheidung. Ja, und ich sage es euch, wie es ist. Das darf man normalerweise nicht sagen, aber bevor du mit deinem Kind in deiner Wohnung verhungerst und so einen Mann hast, der dir kein Geld gibt mit einem Baby und Pampers nichts und gar nichts, dann bist du lieber bei deinem Vater und bist geschieden und kriegst die Rente von deinem Vater. Da hast du mehr Geld als so. Mein Mann hat immer gesagt, ja komm, tu euch wieder zusammen. Und sie, nee, der ist so geizig und so ein Muttersöhnchen. Und die Töchter sind so frech und sie will damit nichts zu tun haben. Und außerdem ist sie voll weit weg auf der Insel. Da musst du mit dem Boot rüberfahren, wenn du irgendwie in die Stadt willst. Und dann nochmal eine Dreiviertelstunde mit dem Bus fahren oder eine halbe. Also das ist nichts für sie. Sie fühlt sich bei ihren Eltern wohl. Da hat sie Essen, Trinken und ich habe sie ja auch besucht. Ich muss ja sagen, ich habe ja eigentlich nie so Kontakt zu ihr. Sie hat mich auf der Straße immer abgeküsst. Oh, Khadig. Und ich habe immer ihren Namen vergessen. Da hat sie immer gesagt, wie heiß ich? Wie heißt sie? Und ich immer, nein. Jetzt weiß ich endlich, wie sie heißt. Nach ein paar Jahren. Auf jeden Fall habe ich sie besucht und habe ihr 100 Pfund ins Baby gegeben. Wenn die Geburt kommt und du besuchst die Frau, gibst du irgendwie Geld. Und jetzt ist sie heute gekommen zum Junis wegen der Operation und hat die 100 Pfund wieder zurückgegeben. Das ist so. Wenn du nämlich, als ob die sich das aufschreiben oder merken, wer da war, du kriegst das Geld immer wieder zurück, was du gegeben hast. Finde ich auch voll süß. Naja gut. Anyway. Ja, und jetzt kommt die nächste Scheidung. Also ich muss sagen, mit meiner Schwägerin ist alles tibi tobi. Alhamdulillah. Die waren jetzt in Mogada vier Tage. Von seinem Job aus hat er immer vier Tage im Jahr Hotelurlaub. For free. Da gehen die immer umsonst für vier Tage. Und vielleicht tun die nur noch zwei, drei Tage dran und gehen in eine Wohnung. Keine Ahnung. Aber die hat ein schönes Leben. Sie hat auch gesagt, es ist langweilig, aber so ist das Eheleben. Sie hat keine Freunde, sie guckt halt viel Fernsehen, sie schläft lang, sie ist die ganze Nacht wach. Und wenn der Mann kommt, essen, trinken. Oh ja, was soll sie machen? So denkt sie, ich wäre das Leben. Aber sie ist glücklich mit ihm. Sie sagt, sie liebt ihn, ist alles gut. Alhamdulillah. Ich habe auch einen guten Mann, der gibt dir auch Geld, der kauft dir schöne Kleider. Also das ist kein Geiziger. Muss man sagen. Und das ist wichtig in Ägypten, wenn du einen geizigen Mann hast. Also nicht so, meine ist ja auch nicht geizig. Ich sage immer nur, wenn ich ein Kleid will oder so. Mein Mann geht ja immer, komm, wir kaufen dir das Kleid. Guck mal, guck in die Schaufenster. Wenn wir irgendwo sind, ich gucke nur nach Tierleid. Wo ist der nächste Shop? Ich brauche das noch für die und zur Tierapotheke. Man meint immer, guck mal das Kleid. Ach was, brauchen wir nicht. Ich bin da voll der Bauer. Aber mein Mann ist da eher so, komm, wir kleiden dich. Der wird am liebsten nicht, lauf ruhig herum wie eine Prinzessin. Aber das will ich nicht. Dann habe ich ja noch, dann denken ja die Leute, was weiß ich, was ist, was die Deutsche da. Ich glaube, das wäre auch gar nicht gut, wenn ich ja so angeben würde. Von dem her, ich bin lieber so voller Löcher, meine Abaya, als wenn ich da voll gut angezogen komme. Weil das macht immer ein ganz anderes Bild hier. Ja, ich kann es euch sagen. Ich bin, deswegen habe ich jetzt gleich die Geschichte erzählt, sonst vergesse ich die ganzen Details. Aber das ist ja ihr ganzes Gold, sogar den Ehering, die hat nichts mehr. Und die Kette, die, wie heißt die, Silseli von ihrem Vater, das hat ihr Vater ihr gekauft, weil die Braut bringt ja auch Gold in die Ehe mit. Hat er auch verkauft. Das ist gar nicht sein Recht. Das ist ihr eigenes Gold. Wobei auch das andere Gold ist nicht sein Recht. Das ist alles ihr Geld. Das hat er alles verkauft. Und die Schulden vom Sohn, vom Bruder. Und Essen für die Mama. Also es ist krass. Also ich sage es euch vielleicht lieber bei den Eltern. Dann hast du dein Haus, deine Ruhe, deine Leute um dich rum. Wenn irgendwas ist, dort in der Fremde mit so einer Bagage. Vor allem hat sie ja dann auch eine gute Rente, kriegt sie immer Arsch. Also ihr Leben lang, bis sie stirbt, kriegt sie die Rente von dem Vater. Oder bis sie wieder heiratet. Der Vater wollte ja nochmal heiraten. Und dann hat er eine gefunden, eine ältere, geschiedene. Aber die hat gesagt, ich heirate dich nur, wenn du mir dein Haus auf meinen Namen überschreibst. Das wollte er nicht, weil seine Tochter ist auch noch da. Und wie soll das, das ist der Tochter ihr Haus, nicht ihrs. Dann hat sie, nee, dann will ich nicht. Ihr seht, hier spielt sich alles ums Geld ab. Also wenn ich nachher im Geld geguckt hätte, dann, gut, ich komme ja aus Deutschland, wir haben da nicht so das mit dem Geld. Die Ägypter müssen überleben. Die schauen immer, ist Geld da. Ja, am Anfang machen die, ähm, die Bräutigamme, Bräutigams, Bräutigamme, ähm, immer großen Toho, Wabohu, bringen Sachen, Pipapo. Und dann am Ende sind sie voll geizig. Aber meine Schwägerin Nura, die hat ja, die war ja schon mal verlobt, wie ihr wisst, ne, und die wollte nicht. Der hat das Schlimmste, also es gibt so Traditionen, dass der Mann mal Fleisch bringt. Äh, oder auch, dass er mal Früchte schickt und so. Das gibt so spezielle Tage, wo man dann in der Verlobung Fleisch bringt. Das war das Schlimmste, Fleisch, ich weiß nicht, woher er das hat. Das war vom, ich will es nicht sagen, von wem, irgendwie aus dem Ausland, so ganz hart, wie alt es sie schon im Kühlschrank war. Es habe ich noch nie so schlimmes Fleisch gegessen, wir alle nicht. Wir haben gekaut und gekaut. Ich so, was ist denn das? Menschenfleisch? Hat das seine Mutter erschlachtet, geschlachtet? Oder was ist das? Ja, und im Endeffekt war das ein Geizkragen. Der hat nie geredet über, äh, Wohnung, wo ziehen wir jetzt hin, wie, was, wo, nix. Und es war ein kleiner Bub, der wollte auch nur groß machen, ich bin verlobt. Das ist bis jetzt nicht immer verlobt, keine will den. Alhamdulillah. Also, dass meine Schwägerin das gleich gesehen hat und dass es nicht gepasst hat. Und vor allem, dass meine Schwiegereltern das akzeptiert haben, ihren Willen. Man fisch eine Sieb, dann man fisch eine Sieb. Wenn es kein Schicksal gibt für dich, dann kein Schicksal. Super, wir zwingen nicht. Obwohl, dass ihr Cousin ist, sie hätte den heiraten sollen. Denn von der anderen Seite war das praktisch ein Muss. Aber von unserer Seite, Alhamdulillah, ist der Opa und die Oma da nicht so. Die haben den auch nicht leiden können. Der hat immer ganz komisch geredet. Und, ja, anyway, Alhamdulillah, ist sie gut verheiratet. Und, ja, ich bin gespannt, was jetzt hier läuft, wie viel, was jetzt kommt. Immer mehr Scheidungen. Hätte ich nicht gedacht. Aber, ja, Scheidungsrate steigt. In Kairo sowieso. Bei uns im Dorf war das ja sehr gering. Aber innerhalb von zwei Jahren habe ich jetzt drei Scheidungen mal kurz in einer Straße. Ist krass. Na gut. Das war's im Video, meine Lieben. Bist die Tage. Mach'schel immer. Ach, ich wollte noch was sagen. Ich habe irgendwo in einem Kommentar noch gelesen, dass es bei mir aussieht, als ob ich den Junis, ähm, bei seiner OP mich viel mehr bemühe um ihn, als um Amina. Also, eine Rachenmandel-OP ist in einem Tag, zwei Tagen erledigt. Da ist, da ist nichts. Die spuckt am Anfang das Blut, am zweiten Tag nur noch Schleim und dann ist fertig. Und die wollte nicht viel gefilmt werden, die wollte ihre Ruhe haben. Ich habe sie betüttelt. Wir haben alle neben ihr geschlafen, da war die Bude genauso voll. Sinafisi, Koko, alle haben hier auch geschlafen. Aber Amina wollte nicht so gefilmt werden. Und dann ist okay. Ne, habe ich sie rausgelassen. Aber ich habe ihr alles gekauft. Sie hat Eis gehabt. Das Beste. Ich habe ja, ich bin extra noch, wir waren ja einkaufen, ne. Und alles gekauft für sie. Und, ähm, dass sie Joghurt da hat und alles grießfrei für sie gemacht. Und, und, und. Ne, also, ihr braucht nicht denken. Und jetzt habe ich Amazon bestellt. Nur für sie. Sie, ihre Perlen. Also, dass, dass wenn bei einer Operation, die äußerlich ist, dass man sich da, und vor allem war ich da dabei. Ich habe alles gesehen und die Bilder waren, kriege ich nur so schnell nicht mehr aus meinem Kopf. Also es war, obwohl es mit Laser war, es war nicht schön. Kann ich euch sagen. Als Mutter, vor allem, wenn das Kind in Narkose ist und du siehst das, wie es langsam aufwacht und wie es die Zähne zusammen kneift. Und dann wieder, dann redest du mit ihm, hörst du mich, Jonas. Und dann macht er nur den Mund so, oh. Und dann denkst du, Hilfe. Und dann nimmt er die Hand auf seinem Herz. Klopft es noch, klopft es noch. Also ich war fix und fertig. Und als er dann aufgewacht ist, war er erst mal, man musste ihn dann mit beiden Händen festhalten, dass er sich nicht ans Pipi fasst. Weil er wusste nicht, was ist hier los. Und dann hat er Schmerzen gehabt und nicht schnell getrunken. Dann hat er gespuckt. Vielleicht war das zu früh. Hat er alles rausgespuckt. Und dann kam noch das Eis raus. Und dann habe ich ihm wieder Schmerzen, wo er richtig wach hat. Dann habe ich ihm normal Schmerzen wahrscheinlich auch überdosiert. Aber das war mir dann egal. Hauptsache er hat keine Schmerzen. Also ich habe jetzt gesehen, die weiße Flüssigkeit, das ist Fiebersaft, Catafly. Dann hat er nochmal gekriegt. Und Leute, es ist eine blutige Angelegenheit. Und dass man da mehr mitleidet und mehr weint, als wenn jetzt da im Krankenhaus bei Vollnarkose. Und ich war immer neben ihr. Ich habe ihre Hand gehalten. Ich war, als sie eingeschlafen ist, als sie aufgewacht war. Man macht sich genau gleich die Sorgen. Nur beim Younes, was ist schlimmer die Sache? Die ist nicht so cool. Mal ein bisschen nur die Rachenmantel raus. Das sind ja nicht mal die Polype und nicht die Mandel. Das ist unter den Polypen, ist die Rachenmantel. Die wird einmal rausgezogen, das war's. Es ist eine leichte OP. Und es wächst auch nicht mehr nach. Und es ist alles wieder gut. Ja, nach vier Tagen hat sie wieder normal gegessen. Younes hat heute den fünften Tag und ist immer noch. Es dauert. Und er läuft halt. Wenn du irgendwo drankommst, sind die Schmerzen da. Aber sonst hat er keine Schmerzen. Er braucht keinen Saft, nichts. Und dass ich ihn da mehr betüttel vielleicht in euren Augen. Oder der Younes ist auch nicht so kamerascheu. Also ich hab, Younes hat mich auch gefragt und Amina beide. Wer ist das eine schwierige, schwierigere Sache, sag ich. Ganz klar, Younes ist eine schwierige, ihr wisst, eine Operation ist schwerwiegende. Also die Rachenmantel ist ein bisschen easy. Hat man ja gesehen, wie schnell es geheilt ist. Aber das, das dauert seine Zeit, ne. Ja, und von dem her immer die, ich weiß es nicht, aber ob extra drauf geachtet wird, wen ich jetzt besser behandle. Ich weiß es nicht, aber immer wieder lese ich das in den Kommentaren, dass ich den Younes-Bild vorzuge. Ich denke, ihr habt so ein Bild, dass in Ägypten die Jungs wie Prinzen behandelt werden. Und ich mach das auch. Gar nicht. Wenn ihr wüsstet, wie streng ich manchmal auch mit Younes bin. Also vor der Kamera natürlich nicht. Das will ich ihm auch nicht bloßstellen, aber dann sagt er auch, du liebst mich nicht ins mein Gesicht. Keiner liebt mich in diesem Haus. Ich will das Haus verlassen. Also, ne. Also so ist es nicht, dass er sich so geliebt fühlt und alles. Das ist ein, wie soll ich denn sagen. Das sind so Kinderfürz. Und ich genauso finde ich diese Kommentare Kinderfürz. Wie kannst du zu einer Mutter sagen, oh, da hat man jetzt aber mehr gesehen, dass du dich mehr betüttelst beim Younes. Und du machst viel mehr als bei deiner Tochter. Sorry, Leute, aber das ist doch nicht okay. Das kommt entweder von einer Frau, die keine Kinder hat. Oder selber ein Lieblingskind hat. Was ich nicht verstehen kann, weil man liebt jedes Kind gleich, aber jedes auf seine andere Weise. Weil jeder hat andere Eigenschaften und diese Eigenschaften liebt man an dem Kind. Und sowieso liebt man seine Kinder. Da gibt es nichts, egal was die machen. Man liebt die Kinder bedingungslos. Selbst wenn mein Kind ein Mörder wäre, würde ich ihn lieben. Es ist so. Hoffentlich macht mir YouTube nicht hier einen Strich durch die Rechnung, was für Wörter ich hier schon wieder benutze. Da muss man aufpassen, da, gell, da haben wir also. Jetzt gehen wir wieder. Bis die Tage. Mache Lämmer. Boi, boi.